Guten Morgen! Ich möchte heute mit euch gemeinsam über etwas ganz Interessantes nachdenken. Und jetzt sind wir hier im Tempo der Oration, wo wir hier in der Gebetzeit sind, nichts besser als Epheser Kapitel 3 zu lesen. Versiculo 17 Es ist eine Zeit, wo Paulus für die Gemeinde von Epheser betet. Und das ist ein Wunsch. Versiculo 17 Dass Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne, und ihr in der Liebe eingeworzelt und gegründet seid, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, was die Breite, die Länge und die Tiefe und die Höhe ist, und die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnisse übertrifft, damit ihr erfüllt werdet von aller Gottesfülle. Es steht hier geschrieben. Wir brauchen es nicht komplizieren. Es steht geschrieben. Und ich weiß, es ist jeden Tag eine Herausforderung. Zu verstehen wirklich diese Liebe, die Breite, die Tiefe, die Höhe. Aber was es hier sagt, ist damit wir gegründet sind. Und das muss das Fundament von meinem und von deinem Leben sein. Ohne das hat es keinen Sinn. Denk mal mit mir. Denk mal drüber nach. Jedes Samen, das wir in der Erde werfen, es braucht etwas, damit es gedeiht. Was ist es? Das ist eine Frage. Eine Frage. Damit diese Samen Frucht bringt, was muss es tun? Schaffst du es zu antworten? Ich möchte dir sagen, sie muss sterben. Wenn der Samen nicht stirbt, wird sie nicht Frucht geben. Und wenn sie sterben, die erste Sache, die von ihr nennen ist, sind Raüsse. Und nachdem sie stirbt, das erste, was aus ihr kommt, sind Wurzeln. Und diese Wurzeln, die saugen diesen ganzen Saft aus dem Boden, der später eine Frucht bringt. Und wenn sie uns das sind, wenn sie die Sementen sind, die Sementen sind, die Sementen sind. Und Jesus hat uns das Bein gebracht, bei diesem Samen, bei diesem Samen, bei einem guten Boden. Und wir können mit viel Gewissheit sagen, der Samen ist das Wort. Und wenn dieses Wort in deinem Herzen bleibe, findet, wirst du in dieser Liebe gegründet sein. Und das Leben mit Gott, es muss ein praktisches Leben sein. Es gibt Dinge, die verstehen wir nicht, während wir gehen. Aber mit der Zeit, auf einmal, fangen die Dinge an. Und im Wort ist nichts Verlorenes. Nichts Verlorenes, alles ist komplett wunderschön eingefügt. Dieses Wort ist nicht nur einfach eine Erklärung. Sondern dieses Wort, es ist gefährlich. Denn sie hat zwei Bedeutungen. Narrativa conta sich eine Geschichte. Wenn du nur eine Geschichte erzählst. Aber wenn die Geschichte Fakt oder nicht ist, da ist die Ersache. Denn es gibt viele Menschen, die erzählen wunderbare Geschichten, aber sie sind nicht wahr. Und die Geschichte von dem Wort ist nicht nur eine Erzählung. Es ist Fakt. Fakt, es ist Fakt. Por isso, wenn du lest im Anteil des Testaments, sie sagen sie so, in der Stadt der Belen... Deswegen, wenn du liest im Alten Testament, in der Stadt Bethlehem, der Prophet ist apontando. Das ist drei Millionen Jahre. Da ist er apontando für eine Stadt. Da ist der Prophet vor dreitausend Jahren und er zeigt auf einer Stadt. Da wo der Retter geboren werden würde. Nasceu. Ist er geboren? Fakt. Fakt. Verdade. Wahrheit. Also dieses Wort... Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit. Er ist das lebendige Wort. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Dann, wenn das Wort also Samen ist, und er das Wort ist, wie ist Frucht entstanden? Weil dieses Wort, dieser Samen, gestorben ist. Aber am dritten Tag, Halleluja, er ist aufverstanden. Und wir sind heute hier. Erinnerst du dich an diesen Satz, wie die Wurzel Davids? Und dieses Morgen möchte ich dieses Wort in deinem Leben bringen. Es gibt ein Wort, das oft wir als Christen Schwierigkeit haben, es aufzunehmen. Oder manchmal möchten wir es nicht verstehen. Und dieses Wort heißt Zeit. Gott arbeitet auch mit Zeit. Es lässt mich traurig, dass wir heutzutage so ein Fastfood-Evangelium haben. Determine! Bestimme! Befehle! Proclame! Tome Posse! Empfange! Aber Gott arbeitet mit Zeit. Psalm 37 sagt, Entregue deinen Weg, oh Gott. Psalm 37 sagt, Befehl dem Herrn deine Wille. Hoffe auf dem Herrn. Und es warte auf dem Herrn. Zeit. Ich möchte schließen, ich liebe sehr diesen Text. Und ich weiß, diese Gemeinde liebt das Wort. Und wenn ich die Frage, was steht geschrieben? Jeremia 29, 11. Die meisten werden es wissen. Denn es ist ein sehr bekanntes Text. Es ist ein Text, das alle lieben. Es ist ein Text, das alle lieben das. Imagine, wenn jemand kommt und sagt, Ich bin vor dir, mein Herr. Und Gott hat einen Text in meinem Herz gelesen. Jeremia 29, 11. Jeremia 29, 11. Oh, und du? Amen! Oh Gott! Bewege dich sofort! Denn was sagt der Text? Denn was sagt der Text? Der Text sagt so, Gott sagt, so spreche der Herr. Ich weiß, die Gedanken die ich über dich habe. Die Gedanken des Friedens. Und nicht des Bösen. Damit die Zukunft gibt. Und eine Hoffnung. Wie wunderschön. Wer möchte nicht so ein Wort empfangen? Opa, aber diese Wort hat einen Kontext. Aber dieses Wort hat einen Kontext. De Tempo. Von Zeit. Maravilhoso. Wunderbar. De Altura, Comprimento, Profundidade, Largura. Von Höhe, von Tiefe, von Breite, von Weite. Aber dieser Vers, er hat nicht diesen Sinn, wenn du nicht ab Vers 5 schon liest. Und ich möchte ein gutes Beispiel. Ein Beispiel vivo. Ein lebendiges Beispiel. Ein Beispiel, das immer für euch ist. Das Wort sagt so. A partir do Vers 5. Ab Vers 5. Ihr werdet Häuser bauen und in den Häusern wohnen. Ihr werdet pflanzen und ihr werdet essen von der Frucht. Ihr werdet heiraten und werdet Kinder haben. Ihr werdet eure Kinder erziehen und werdet eure Kinder heiraten. Sie werden heiraten und werden Kinder haben. Hat dich schon als Großeltern genannt. Und ich werde euch in einen Ort bringen. Dann sagt er, ore por diesen Ort. Bete für diesen Ort. Ore pela Prosperität diesen Ort. Bete für den Wohlergehen dieses Ortes. Ore pela Paz diesen Ort. Bete für den Frieden in diesem Ort. Denn in den Wohlergehen diesen Orten und in der Zukunft wirst du Frieden haben und die Zusagen Gottes. Und er sagt, und achtet darauf. Denn viele werden kommen und von meinem Namen reden. Dizend, dass ich sie gesandt habe. Aber ich habe sie nicht gesandt. Was sagt er? Er sagt, wenn du ein Haus hast, wenn du ein Haus hast, wenn du ein Haus hast, wenn du ein Kind hast, wenn du weiterentwickelst. Denn du wirst sehr viele Versuchungen und Proben haben. Und dann kommt Vers 11. Und dann kommt Vers 11. Aber ich weiß, die Gedanken, die ich für euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Bösen. Um dich eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Wow, diese Worte, wenn es in unserem Herz fällt. Was Paulus versucht zu sagen, ist, ist, diese Liebe, die muss alles verwurzeln in unserem Herzen. Denn alles, was wir im Reich Gottes tun, wenn es nicht in Liebe ist, ist es tote Werke. Jetzt sagt er, also bleibt der Glaube, die Hoffnung und die Liebe. Aber die größte ist die Liebe. Und du und ich sind nur hier heute. Weil Gott geliebt hat. Weil Gott geliebt hat. Und wenn ich dir ein Beispiel habe, möchte ich dir nur erzählen von... ...der Mann an meiner Seite hier. Ich kann reden, denn ich kenne mein bisschen. Denn wo ich diese Gemeinde kam, hatte ich den Pastor, die Frau, die Kinder. Die Kinder. Die Kinder. Die Kinder haben die Kinder gezogen. Die Kinder haben geheiratet. Und gestern habe ich sechs von diesen Enkeln gesehen. Und ich sagte, diese, wenn ich die sehe, wenn diese schlafen, dann ruhen alle Engel aus. Und wenn ich zurück schaue, dann weißt du in deinem Leben, wo ist mein Grund, wo ist meine Fundierung. Ich möchte dir sagen heute, Häuser bauen ist nicht leicht. Wie baut man Häuser? Erstens brauchst du ein Grundstück, ein gutes Grundstück. Und das Grundstück, die Grundstück zu tun. Und das Grundstück zu tun. Ich weiß, dass du, wenn du ein paar Konstruktion hier in Deutschland sagst, und du, wenn du heute ein Gebäude in Deutschland vorst, sagst, wie ein wunderbarer Gebäude. Leute, die janelle. Schau mal diese Fenster. Schau mal den Eingang. Schon irgendwann. Schon irgendwann. Du hast schon gesagt, wie ein Gebäude gesagt, wie eine wunderbare Konstruktion. Leute, schau mal diese Schlafen. Schau mal die Wigge. Schau mal die Wigge. Weil du nicht so sehen, was die Konstruktion sustentiert. Ein Gebäude sagt, wow, im Keller, was für eine wunderbare Fundierung ist da. Was die Konstruktion sustentiert. Alles, was dieses Gebäude hält, ist versteckt. Alles, was dieses Gebäude hält, ist versteckt. Denn das Fundament wurde gut gelegt. Und Paulus spricht von diesem Fundament, von diesen Wurzeln. Und das hält uns. Nicht leicht, Häuser zu bauen. Pflanzen und warten zu die Frucht essen, ist nicht leicht. Wie pflanzt man? Auf die Erde. Du musst die Erde erst mal. Pflügen. Regen. Du musst den Samen. Du musst gießen. Zeit. Warten. Und es gibt, dependant von was du plantierst, ich würde sagen, Manga. Es sind fünf Jahre. Und abhängig von was du plantierst, zum Beispiel. Ich spreche von meinem Fall Mango. Du wirst fünf Jahre warten müssen. Wie heiratest du? Wie er hat die Kinder? Wie er hat die Kinder? O Pai! Braw, braw! Sie werden immer schulden. Sie werden immer schulden sein. Sie werden immer schulder sein. Sie werden immer schulden sein. Aber ich sage das zu meinen Kinder, ihr schuldet mir nichts. Ihr schuldet mir nichts. Ihr war ein Geschenk Gottes für mich. unter dem Abend, was ist das für eine Liebe? wir müssen das Fundament haben und die Gründung in diesem Wort dass dieses Leben möchte das Fundament deines Lebens sein dass dein Leben auf dieses Fundament gebaut wird, diese Liebe denn in dieser Liebe passt alles und passt jeder und in seiner Liebe sind alle Möglichkeiten da wird es leicht sein? nein aber diese Liebe hat die Fähigkeit sich jeden Morgen zu renovieren es ist hier Sprüche 2 mein Sohn wenn du meine Worte annimmst und in deinem Herzen meine Gesetze wie den Silber des Uchs wie ein versteckter Schatz du ersuchst wirst du die Furcht des Herrn verstehen und du wirst Erkenntnis Gottes finden die Liebe ist hier die ganze Fülle die Breite die Tiefe die Länge die Höhe dass diese Liebe in meinem und in deinem Leben offenbar ist dass diese Liebe die Erwartungen in unserem Herzen weckt dass wir vorwärts schauen weiterhin immer immer vorwärts schauen aber bewahre dieses in deinem Herzen und ich möchte mit diesem Text die für mich ist maravilhös das ist wunderbar Psalm 37 Psalm 37 es ist genau da drin es ist genau da drin das ist genau da drin es kann es tun Entregue Befehl confie hoffe und espera vertraue Gott segne dich dass diese Liebe in deinem Herzen offenbart wird confie in dem Herrn vertraue dem Herrn vertraue dem Herrn dass Gott segne dich Jesus danke für deine Liebe danke für deine Gnade ich weiß dass Tag nach Tag fühlen wir spüren wir deine Gehmer dein Wort sagt du kennst schon unsere Gedanken vor dem wie sie aussprechen weißt du es schon das ist nicht anders an diesen Morgen du weißt wie jeder einst aber mein Gebet an diesen Morgen ist dass deine Liebe erneuert wird im Herzen deiner Kinder zeige diese Person dass sie nicht allein ist und in Jesu Namen bete ich an diesen Morgen dass deine Gnade erneuert wird in unserem Herzen und das wir lernen wir haben es nicht verdient wir haben es nicht verdient dass sie nicht verdient dass sie nicht verdient dass sie nicht verdient dass sie eine Vergebung etwas ganz klares heute Morgen sein möchte denn du bist hier Vater vor dem wir kamen was du nicht aber du bist hier weil wir hier sind und danke 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 denn deine Gegenwart erneuert sich danke für diese Morgen im Namen Jesus bringe diesen Tag amén Amen